So, hi und herzlich willkommen zu einer Folge... Äh, neul, neul... Neue, neun Folge... Minecraft Craft into the Galaxy Ich habe etwas viel Offscreen gearbeitet, aber ich zeige kurz alles, wenn ich die hier wissen will. Okay, ja, okay. Einmal habe ich hier alles nach oben verlagert und das ist jetzt nur so professorisch. Dann habe ich hier einen Generator und dann baue ich in diesem Video ein paar Geräte. Dann habe ich noch ein paar Kinders Constructions davon. Hier so, ja, ist schön schön. Dann noch hier zwei Diamanten-Tools. Dann habe ich natürlich auch etwas Offscreen gefahren. Etwas wird gut, ich zeige kurz mal. Ah ja stimmt, ich habe auch noch eine Toilette gebaut. Die habe ich ja ganz vergessen. Hierzu habe ich jetzt auch eine wirklich schöne Smildery. Und ich glaube, man sieht schon wirklich viel Zeug. Ja, ja, schön viel Zeug. Mal sehen. Dann habe ich hier noch so das ganze Scheiße gebaut. Da muss ich auch noch weiterfahren. Dann ist da mein Schlafzimmer. Hier so, ja, schau immer mal her. Irgendwie ist das vielleicht nicht gleich. Dann habe ich hier unten einen Verzauberungstisch. Also keinen normalen, sondern so einen guten. Und ja, mal gucken. Dann habe ich da hinten noch ein Meter Portal. Und, was sind Pilschen? Da stimmt, ich habe auch einige Meteor-Rieben geludet. Ja, dann, dann kurz Kohle holen. Wo ist die Kohle? 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 Komm raus! Vlog auf, wo bald habe ich auch noch drin? Nein! Nein! Dann sind noch vier irgendwo Kohle rein. Ansonsten nehme ich einfach die Hälfte aus Mofi. Ich habe doch schön viel Kohle. Kohle? Hier irgendwo Kohle? Nein! Kohle? Kohle, Kohle! Nein! Kohle, Kohle, Kohle! Nein! Kohle, nein! So, einfach die Hälfte aus Mofi. Wartet mal kurz. Zuerst baue ich einen... ...Maser-Rader würde ich schon setzen. ...Maser... ...Maser-Rader... ...Five-Blind. ....Maser-Rader... ... labour und Nein! Morant? ...Maser-Rader... mit 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei Redstone habe ich, 6 Copper Cables, ob ich auch noch dafür, ach wir werden bald wieder so neu kaufen. So, jetzt habe ich alle. Warte, jetzt habe ich zwei Stück. Ja, das war schon. Hier so, Leinhalb der Zeit. Hier und hier. Nein, das wäre falsch. Euer Iron Play. Nein. Hier. Ein Ironing gilt. So. Jetzt haben wir das. Das. Was geht sonst noch? Zwei Cup. Noch ein Messer. Dann brauchen wir noch einen Electric. 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 Das. Das ist ein Messer. Ich dachte kurz, mein Gott geht ab. Hier. Nein, alles funktioniert. Hier. Ich habe noch mal eine. Noch mal eine. Iron Blade. So. Zwei Redstone. Irgendwie. Also in das. Zwei. Trotzdem noch meine Lieblingsmacht. So. Zwei Redstone. Zwei Redstone. Schwupps. Zwei Redstone. Zwei Redstone. Schwupps. Schon eine Iron Birne. Zwei Redstone. 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 Denn was ich an meiner 4 Mann Spitz habe besonders mag, ist, dass sie halt gut hat, und ich werde dann natürlich auch um einiges mehr rausbekommen. Achso, ich dachte schon, wir werden es nicht verpacken. Ja, hier unten ist Kohle. Ok, ja. So, so. Tja, also ich glaube jetzt so langsam wird uns an nichts mehr überwärts, an nichts mehr fehlen. Denn solange ich sowas wie Kohle und Co. mit Glück abbaue, werden wir auch mehr rausbekommen. Wie wir zwar reintür für die Sprüche, aber besser zu viel als zu wenig. Na gut, auch wenn das dann mit ME-System ein wenig Spaß macht. So. Ha, ha, u, ha. Oh. Hm. Ok, ja. So. So. Und was fehlt sonst noch? Kohle nehmen wir jetzt noch mehr mit. 16. Kommt schon. 64. 61 plus. Und kommt. Ja. Okay. Ja. Und kommt. So. 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 So, jetzt habe ich genau eins der Kohle. Zum Glück wird es ne Weile dauern, bis sonst der Schluch hier aus, also wirklich hier ist. Aber ich habe mir schon überlegt, mich wäre wir am Zustand. So. Ich glaube ich werde mich mit Mary dort aufstellen. Wo dann? So. And dann werde ich mich auch gleich wieder zurück daran genommen, um zu schlafen. Warte ich noch kurz, da würde jetzt ein Teebauch tauchen, denn lass mich da nicht was Erdermal En. So, oh, 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 good morning, we get sensor, ah, we have to close, oh, so, 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 voll, voll perfekt, hier, eh, was immer brauchen wir für, ups, so, 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 okay, dann baue ich als nächstes ein, so, 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 we have golden gold, so, 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 Okay, die Goldtage sind jetzt erst einmal etwas lang. Okay, die Koffer habe ich noch ein paar Koffer gemacht. Okay, die sind jetzt noch ein paar Reihen. Die sind aber auch gut. warte mal kurz, was war das anders? put rest und get down So, wie soll ich das jetzt tun? äh, das war so, nein, ok, wie war es noch gleich, oh, ja, das war natürlich, das war mir so, 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 hier, 4 Ahren, 16, gut, und dann ist halt wieder Ahren aus meiner, äh, ja, aus der матurie lassen, Man hat darf es so, und schon setzt den Noten also, Drive, Drop Back, R, I, Drive, 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 Drive So, was hat man da mitgenommen? So. Boop. Och, ne, oh, da liegt er. Ähm. Ich weiß mal, wenn da mal mehr was noch ist. Ja, ich weiß mal, wenn da mal mehr was noch ist. Das sieht jetzt kack aus. Da muss ich wohl doch diese gescheuerte Sohle. Och, scheiße. Wie soll ich die denn bitte schön herstellen? Ähm. Ich weiß mal, wenn da mal mehr was. Och, scheiße. Ähm. 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 Ich würde doch mal sagen, das war's jetzt mit der Folge Minecraft Graph into the Galaxy. Und ja, und ich werde wohl gucken müssen, was noch gleich erhebt produziert. Also dann würde ich mal sagen, tschüss bis zum nächsten Video.